Intro vergessen, aber egal, hallo und viel Spaß. Was machst du denn da? Kann ich dich kicken? Wie kann ich euch denn kicken? Ich will meinen Chat kicken. Hallo? Ja, in die Fresse. Wie kann ich euch denn kicken? Da will man ruhig, wie kicke ich denn? Ach eh, eh komm her, in die Fresse. Fresse rein. Ab in die Fresse. Was macht ihr denn? Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Ich kann hier hoch. Nee, kann ich doch nicht. Hallo? Eh, ich ab in die Fresse mit dir. Wieso tauche ich denn selber auf? Ich hau mich selber. Da, ab in die... Ich schubsen mich, Mama. Wo kann ich denn? Wo muss ich denn lang? Oh, Alter, ich muss weglaufen. Hier ist ein Loch. Weg da! Weg da! Alter! Nein! Ich will nicht... Äh... Ja, ein Problem. Warum bin ich denn runtergefallen? Dead Counter 1! Wo muss ich denn lang? Ich muss hier irgendwo weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Eh! Mann, ich will... Oh, haust du ab? Verpisst ihr euch? Mann! Ich hab euch noch nie so gehasst wie heute. Ich hab nicht mal die Chance, dass ich mir das Spiel... da bin ich da rein. Ich hab in die Fresse da rein. Nein! Oh Gott! Hilfe! Ich muss abhauen. Ich muss... Ah! Nein! 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 Nein, 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 nein! 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 Ich muss weglaufen für euch. Ich weiß aber nicht, wo hier der scheiß Ausgang ist. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hinlaufen? Oh Gott! Hier hoch, ne? Tja. Weg da! Wie komm ich denn da noch oben? Haust du ab? Sag mal! Spinnst du? Queen? Nein! Nein! Böse! Böse! Da! Ich komm da draus! Wo muss ich... Wie komm ich denn da hinten? Ich muss hier rein irgendwie. Da ist ein Pfeil rüber. Aha! Oh! Pfff! Ich selber. Ha! Nein! Huh! Piss dich! Hau doch ab, Mann! Mann! Hau ab! Alter! Alter! Für jede Nachricht, die ihr in den Chat schreibt, kommt einer von euch, oder was? Wie übel ist das denn? Wie übel seid ihr denn? Ich muss schnell weg Ich würde gerne mal ein Level schaffen Weg da Alter Ja Mann, du bist Please help me, I'm under the water Nein Jetzt kriegst du das aufs Maul Da Kriegt alle einen aufs Maul Da Aufs Maul mit euch Ja, mach das Unbedingt spielen Mann Ich krieg gleich einen Anfall Ah, ich glaub Die Leute ohne Namen sind die Leute Die Lörg Ah Nein Das ist der Grund, warum ich kein Alter 4 spiele Ich raste aus Könnt ihr froh sein, dass ich krank bin? Nee Aufs Maul Oh, Alter Lass mich in Ruhe Lauf, 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 lauf Ich will das jetzt schaffen Verfickte Scheiße Ah Wie geht das? Hä? Was ist das? Press to Nein Ich muss ruhig bleiben Ich habe Angst, dass ihr kommt Mein Todes-Counter Ne, ich ignoriere euch jetzt Ich ignoriere euch jetzt Ihr seid nur scheiße gerade Wird alle scheiße Wird alle kracker Was heißt das? Press to draw a rock Was ist das für eine Taste? Brr Brr Ja, jetzt habe ich es geschafft Mann, du Schwanz Weißt was? Wie er halt auch noch nachspringt Ich raste gleich aus Jetzt weiß ich den Weg Wo es langt Kann ich hier oben einfach Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Bis zum nächsten Mal Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab To cryin'er Hau ab In die Fresse rein. Ja, wir können alle im Kreis, weil wir so gut sind. Ihr seid scheiße zu mir. Was ist denn das Rechtspress, du Droa-Rock? Wie hätte ich denn das schaffen sollen? Wie? 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 Danke fürs umarmen, ich raste gleich aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. in die fresse 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 hier da schmeckt ist toll ja macht spaß wo an die killer queen an mir hilfe oh gott mama 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 kann ich nicht haben nein da in die schnauze rein in die nichts mehr was ist mit euch da ich dreht euch seid scheiße zu mir lauft doch er kann laufe oh nein ich gucke ob es einen anderen weg gibt gibt es da nicht noch einen anderen weg von hier oben oder warte du bist wieder außerhalb der map doch so hoch du schwanz ich will irgendwie hochkommen da kann ich hier unten rein warte warte ich muss doch hier auch irgendwo kann ich kann ich hier rein nee oder killer greenenberg warte 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 ich bin wenn gibt es alte vier wenn es meiner kauft ganz einfach ich kaufe mir den scheiß nicht selber ich kaufe mir den bumms nicht selber ich bin auf die fresse auf die fresse auf die fresse auf die fresse da 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 wusa hey da kommt ja gar kein namen habe ich aus versehen irgendwas deaktiviert ja ich verstehe auch gerade nicht warum keine namen kommen normalerweise müssten die da sein eure namen habe ich irgendwas gedrückt können die mich umbringen können die mich töten guck mal die machte schlange da da ich glaube ich habe außerdem was gedrückt scheiße ich bin eingesperrt ich komme nicht mehr raus ich glaube ich muss doch mal sterben haben wir ja gleich warte das war gewollt war gewollt ne stimmt eure namen kommen nicht mehr doch lol gleich mal die fresse da ich kicke euch ich glaube das spiel ist noch nicht fertig ab in die fresse rein da man du bedrängst mich was soll denn das ihr bedrängt mich alle ihr macht mich ich fliege ich komme nicht vor doch hier kriegst gleich mal aufs maul da auch ihr stellt euch alle schöne schlange an das finde ich gut finde ich toll ich kann euch kann ich richtig schlagen vor dass es nämlich immer runter schmeißt da in die fresse in die fresse in die fresse in die fresse nein man stecke ich fest boah das tut weh muss wehtun wir haben doch nichts getan ich weiß nicht was für eine taste das sein soll also nee hold shift ja das hat er mir erklärt aber was dieses andere zeichen sein soll keine ahnung ich schaff's einfach nicht ich schaff's einfach nicht nein ich krieg's nicht hin ich versuch's ich versuch's ganz langsam ganz langsam und in ruhe guck mein du schwanz Oh Komm her. Scheiße zu mir. Ihr seid alle scheiße zu mir. Alle blöd und kacke und gemein. Ich bin stolz auf meine Billions. Ja. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Komm. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Der tut weh. Der tut sehr stark weh. Ich krieg's halt nicht hin. Immer wenn ich's weiter schaffe, kommt einer von euch von oben und fickt mich. Oh. Ihr könnt mal in Blasen. Lass mich in Ruhe. Nee. Mann, lass mich doch. Ich hab's doch endlich mal so weit geschafft. Nein. Oh. 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 Ich fang halt wieder von vorn an. Reicht ja. Nerv mich nicht. Oh. Nein. 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 Ich verliere gleich den Nerven. Ich verliere gleich den Verstand. Dieses Spiel tut mir nicht gut. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Alter. Ich muss das jetzt einfach nochmal hinkriegen. Puh. 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 Alter, geht mir aus dem Weg. Was soll denn das jetzt? Stimmt mit euch nicht. Nur noch Queen hier, die mich foltert. Wann da los? Was ist denn? In die Fresse rein. Hör mal auf. Sag mal. Ich komm nicht weit. Hört ja auf jetzt. Lass mich doch in Ruhe. Das tut mir weh. Kuscheln. Yay. Ich gebe mein Bestes, dass ich das jetzt hinkriege. Jetzt fällt gleich wieder einer vom Himmel. Ja, natürlich. Mit Ansage. Nein. Nee. Z ним. Nein. Nein. Puh. Nein, 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 nein. Nein, er lässt mich jetzt in Ruhe. Hä? Kann ich mich festhalten an der Wand? Nee. Oh, alter, wie er mich im Opferd. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wie soll ich da rüber? Nein! Hier rüber? War, glaub ich, falsch. Alter. 20 Tode. 20 verfickte Tode. Aber wenigstens schaff ich das jetzt schneller. Bin schon mal geübt. Nein! Oh, halt! Oh, ja! Nein! Ach, Mann. In die! In die Fresse! Da! Alle, alle kaputt machen. Ich will, ich will euch schlagen, aber wenn ihr zu viele seid, das geht nicht. Das ist krass, das ist... Der... Der Reko! Da oben! Alter, ihr übertreibt nicht so! Ihr übertreibt doch nicht so! Seid ihr bescheuert! Ihr übertreibt! Ich muss schnell sein, bevor die ersten hier unten antanzen. Dann! Dordat! Oh, 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 oh! Hau ab! Nein, 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 nein! Nein! Doot, doot, doot. Hau! Uuuh! Glitty lacht mich aus. Er hat mich eiskalt ausgelacht. Das war's jetzt so von, du Arsch. Da. Hier alle mal eine auf der Mütze. Da, komm. Komm, ich zeig euch mal, wie ein Turnschuh aussieht. Hier, so sieht er aus. So sieht ein Turnschuh aus. Wow, ich darf mich selber kicken, weil mein Bot was schreibt. Toll. Och, geil. Haut ab. Haut ab. Ich will mich nicht selber kicken. Lass mich auch alle in Ruhe. Ich will ja einmal nur da rüber. Muss er runter. Kann ich hier reinspringen? Nein. Hey, ich wollte nur gucken, ob ich da reinspringen kann. Nee, wir gehen nicht. Bin's gewohnt. Komm, einen Versuch machen wir noch. Wir haben heute Tag der Trash Games, ja? Ja, ihr macht mich fertig. Ja, da steht ihr ja alle schon. Ich schaff's. Ich schaff's diesmal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ob sie es schafft? Ich denke nicht. Ich schaff's nicht. Liddy! Gleich mal auf die Fress. So. So. Oh, knapp. Knapp, 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 knapp. Knapp, knapp, knapp. Ich glaube, ich werde das auch mal spielen. Ich möchte aber nur wissen, wie es weitergeht. Ich würde auch gern weiterkommen. Der Wille ist da. Ich verstehe aber nur nicht, wie ich das schaffen soll. Wenn es ich nicht schaffe, dann kommt einer von oben und bummst nicht nach unten. Boah, da wollen die. Hey! Arsch! Was soll das? Ja, geschieht euch allen recht, dass ihr jetzt mit mir unter Wasser seid. Blödies. Aber es ist recht lustig. We start the level. You are sure you want to from the window. Ach, man kann level. Ah. Hell mode, connect with the settings. Aha. Quit. Okay. Lol. comprar şommer. either... Ich weiß.